Ich denke keiner mehr haben Lalalalalalala Ein Kyber wär jetzt nicht schlecht So Da können wir dann dann hier Beto oder sowas mit reinpügen Keine Ahnung was wir hier machen Erst mal bauen und dann schauen Das hat sich gereimt, aber echt noch nicht geplant ich bin halt ein naturtalent in ungeblagten dingen klingt nicht besonderlich begeistern hallo ich wollte mir gerade erde kräft ich wollte ich werde ich mal intensiver wieder minecraft spielen nein wo kommt das jetzt her komm mal her du bist noch dicke freunde kommt einfach mal hier her genau hier her dankeschön du hast es ein wenig übertrieben aber ist alles wunderbar klack 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 einfach wieder ausfüllen und dann hat sich die sache fertig einfach mal schaufe noch kaputt bis sie weg ist ja das ging mir schnell ich dachte da gucken gerade augen aus der erde raus da als hack direkt muss ich sagen gefällt mir sehr gut es ist so eine schöne mischung zwischen grafisch mäßig sehr schön für minecraft und so war das nicht geplant wer kommt auf die idee von einem creeper davon ich habe lange nicht mehr gespielt man merkt es wer kommt denn auf die idee einem creeper vorbeizurennen ich weiß aber noch dass mein endermann noch nicht in die augen schauen also ganz bekloppt bin ich noch nicht ja so viel dazu ne dann kann ich hier gleich wieder hop 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 Kopf auf Kopf auf Denken mir da Ich höre was Wenn ich es denke, ist nichts da Wenn ich es nicht höre, dann ist etwas da Meine Workband ist auch kaputt Egal Dann hauen wir jetzt hier mal die letzten Steine hin, damit wir die auch endlich los sind Und dann nehme ich die restliche her die ich noch habe Und kloppt die gleich mal hier hin, weil das wird eh zugebaut dann So, da hier so, da hier da so und da hier so Man könnte ja dafür sorgen, dass dieser Weg dann hierher geht Genau wie hier und dann ist hier ungefähr die Treppe nach unten Und dann müsste man Na wenn ich da eine Treppe nach unten baue Wo? Ach unter mir Wenn ich die Treppe nach unten baue, dann müsste ich eventuell Das ist sehr spannend Hab ich was zu essen noch dabei? Nein Ich hole mal kurz Weizen Er ist da? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Den Creeper möchte ich jetzt nicht unbedingt begegnen Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Den Creeper möchte ich jetzt nicht unbedingt begegnen Sooo! Sitzt du denn hier drinnen? Keine Hühnchen erlaubt Gute Nacht! Sooo! Äh, ich wollte was zu essen mir holen Die Frage ist, habe ich denn ich habe rohes Rindfleisch Das macht sich doch schon mal sehr gut Ich kann mir das Hühnerfleisch schon mal brennen Dann kann ich Mir hier mal ganz kurz den ganzen Mist aufbauen, den ich gesammelt habe Achso, schon wieder die falsche Arke Und dann holen wir das letzte raus hier Go, 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 go Sooo! Und dann brennen wir hier jetzt das Vielfleisch? Hä? Achja! So! Ne den go, 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 go! Davon Dass wir aber mehr brauchen So viele wahrscheinlich Klack Jetzt hat man noch schnell bis das Fleisch fertig ist Dann habe ich auf jeden Fall genug zu fressen erst mal Um über eine längere Distanz hinweg zu kommen Da Fleisch ja recht viel bietet Das Kuchersbaum hier unten sich vielleicht ein Zombie angesammelt hat Nö, alles schön Aber hier das ist nicht schön Habe aber auch gerade nichts ums auszubessern Deswegen muss ich es wohl oder übel so lassen So, das hat sie hier, genau Kann ich noch irgendwas brennen? Äh, brennen, 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 brennen Brennen, 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 brennen Nur kann ich nicht Scheiße So Obwohl, ich könnte ja theoretisch Einfach mal Den Brennprozess beschleunigen So 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 Da haben wir es geschafft Ganz ruhig, alles gleich Alles gleich haben wir es geschafft Ich will die Karte mal abnehmen und aktualisieren Guck mal, wie sich das aktualisiert auf einmal Wuii Alles aktuell ist jetzt nicht komplett mit einem Schlag Das ist ja auch geil So Und so sah es früher aus Das ist cool Moment da kann ich eventuell Hier mal Einen brauchen wir noch So Dann machen wir uns ganz schnell ein Schild Frühere Regionsansicht Regio Regionsansicht Welchen haben wir heute Machen wir einfach Juli 2014 So Und dann sollte das hier auch fertig sein Genau das erste Steak fertig Oh das hat gar nicht gereicht für das andere Ich lass es einfach mal hier drin liegen Dann stupfe ich nicht Das würde ich im Endeffekt eh nur wegschmeißen Und dann gehen wir mal Dann gehen wir mal Nach unten Also wenn ich jetzt hier eine Treppe runter baue Dann müsste ich theoretisch Hier auch eine runter bauen Ok machen wir das lieber hier So weg 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 Jetzt habe ich gar keinen Platz mehr Ok Das kann auch weg Dann kann man jetzt hier eine Treppe runter bauen Genau Und fliegt auch das weg Das weg Und das weg Und das weg Und das weg So und dann haben wir auch hier eine Treppe Und die ist Oh naja Passt schon So Dann habe ich gleich noch acht neue Steine Die kann ich alle hier mit rein zimmern Huch Das war jetzt nicht geplant Ich glaube das glaubt mir natürlich keiner So So Sieht doch stylisch aus oder Ähm Was wollte ich jetzt tun Ich wollte ich wollte ich wollte ich wollte hier unten weiter bauen Und zwar würde ich hier unten ganz einfach Da ich hier eine kiste schon habe Aber mal alles dazu verwandeln Dann machen wir uns hier ganz schön ein paar Treppchen Dann machen wir uns hier noch das ein oder andere Schild So Und dann kommen hier ein paar wundere hübsche Bänkchen hin So Können wir gleich zwei machen das auch okay Tadaa 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 Und tadaa Jetzt haben wir hier noch ein paar Büsche Die können wir dann eventuell Hier so ein bisschen hin basteln Und dann kommt's Hier noch einer hin Da noch einer hin Dann haben wir uns ja gerade eben Außer siehst es passt perfekt Dann haben wir uns Äh Die Dinger gemacht 1 2 3 4 Und 1 2 3 4 Da haben wir jetzt sicher auch unseren Kleinen Naja Garten Im Garten Und da können wir jetzt auch Setzlinge platzieren Und so einen Spaß Aber die gut Setzlinge würde ich jetzt vielleicht nicht platzieren Das sieht dann doof aus Warten wir ein paar Blumen haben Und dann platzieren wir die Blumen hier drauf Ja Äh Ansonsten Haben wir jetzt die zwei Bänke Ich schau grad mal ob das cool aussieht Wenn ich hier hinter Busch platzieren Vielleicht wenn ich das hier so raus lass Vielleicht wenn ich das hier so raus lass Vielleicht wenn ich das hier so raus lass Kann man das vielleicht auch so machen Ich brauche ich Ich brauche ich Und dann kann man hier vielleicht Ähm Was könnte man hier bauen Könnte man hier vielleicht 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 Oder auch nicht Wie sieht das aus wenn ich Jetzt einfach hier so zwei Steine reinpack Es sieht da recht komisch alles aus Pack die Büsche einmal wieder weg Dann muss sich keiner schämen Ich packe jetzt eventuell hier einfach mal so einen kleinen hin Genau Und hier Dann hier noch ein paar Büsche hinpacken Und da auch noch was So Kiste weg Und dann kann man hier vielleicht wirklich noch ein Bauch Baum hinsetzen ist ja vielleicht ganz okay So sehen wir da auch noch ein Baum hin Habe ich gerade habe ich noch Genau super schön Dann platzieren wir ja einfach mal noch Nenu der wächst aber nicht Na wenn aber wächst dann wächst So Superschön Dann sollte es auch so schon gewesen sein Dann platz ich einfach mal Hier noch ein Baum hin Genau Und dann können wir wirklich eigentlich auch Da noch einen platzieren Ich weiß es doch nicht ob der wächst aber es sieht trotzdem cool aus Und vielleicht noch Da So Sollten alle den Weg nicht blockieren Wir können ja super hochlaufen Können hier später noch was anbauen Alles easy So Jetzt nach hier oben Jetzt bräuchte ich theoretisch meine Kiste wieder Da haben wir sie auch schon Und dann müsste ich mir mal eine Schaufel basteln Die ich allerdings gerade gar nicht bauen kann Denn mir fehlen dazu Steine So Schaufel Stein So Und dann gehts los Dann nehmen wir das gleich mit Wenn wir einmal dabei sind hier Dann hauen wir gleich einfach mal alles weg Und eventuell können wir die Bäckerei ja sogar auf diese Ebene hier basteln Dann ist diese Ebene nämlich vollkommen sonst Dann bauen wir die eventuell dahinter irgendwo Und dann muss man ja auch mal die ganze Ebene ablaufen Dann ist diese Bäckerei also auch nicht sinnlos Dann müssten wir uns vielleicht überlegen Dass wir da die Brote lagern Dann benutzt man die Bäckereis nicht auch öfters Wenn man sehen Okay wir sind gerade hier unterwegs Dann sind wir da gerade unten unterwegs Und uns Schafe züchten Wir wissen da oben ist die Bäckerei Dann laufen wir nicht irgendwo hin Zum Lager zum Beispiel Sondern laufen wir einfach da hoch Und tadaa Haben wir unser Zeug